Blockchain, 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 überall hört man nur Blockchain und das Ganze kann sehr verwirrend sein, denn es wird oft im Kontext von Kryptowährungen und NFT genannt. Doch die grundlegende Idee der Blockchain ist wirklich sehr einfach erklärt. Und genau deshalb werden wir heute eine ganz simple Blockchain gemeinsam programmieren. Viel Spaß! Wir können jetzt nicht in die tiefsten Tiefen des Blockchain-Themas einsteigen, denn dafür bräuchten wir wahrscheinlich 10 Videos. Und da die meisten von euch die Blockchain wahrscheinlich nur an einem einfachen Thema verstehen wollen, werden wir ein paar Eigenschaften einer Blockchain besprechen, bevor wir uns an die Programmierung machen. Aber fangen wir mal an. Welche Daten in einer Blockchain abgespeichert werden, sind erstmal komplett irrelevant. Das können ganz einfache Texte sein oder Transaktionen wie bei einer Cryptocurrency wie Bitcoin oder Bilder wie bei NFTs. Es ist nur wichtig, dass spätere Blöcke auf den vorherigen aufbauen, denn erst dadurch können wir validieren, dass einzelne Blöcke nicht manipuliert wurden. Außerdem sollte sie nicht an einer zentralen Stelle abgespeichert werden, sondern es sollte viele verschiedene Kopien der gleichen Blockchain geben. Angenommen alle 18.000 Abonnenten dieses Kanals haben die gleiche Kopie der Blockchain und ich nehme jetzt meine Kopie und manipuliere verschiedene Blöcke und mache irgendwelche Transaktionen dort rein, damit ich beispielsweise mehr Geld habe, als ich eigentlich haben sollte, dann könnt ihr das natürlich validieren, dass ich dort irgendetwas gefälscht habe. Und jetzt, wo wir die Theorie des Themas wirklich nur ganz grob angekratzt haben, würde ich sagen, labern wir nicht lange rum, sondern programmieren uns unsere eigene Blockchain. Wir machen das Ganze jetzt mit Zwift und einem Xcode Playground. Da könnt ihr natürlich jede objektorientierte Programmiersprache benutzen. Zwift ist einfach sehr einfach zu lesen und in dem Playground sehen wir auch direkt den Output, ohne irgendwelchen Boilerplate-Code zu schreiben. Das können wir erstmal weglöschen und wir machen eine klasse Block, denn was wir brauchen ist erstmal den Block an sich, wo wir die Daten dann reinspeichern können. Und das Ganze muss dann in einer Kette zusammengebaut werden, die eigentliche Blockchain, und die werden wir dann danach machen. Als erstes brauchen wir mal den Hash des Blockes, denn dadurch können wir dann sehen, ob der Block manipuliert wurde. Das Ganze ist ein String. Dann brauchen wir noch die Daten an sich. In unserem Fall würde ich sagen, ein Text reicht, da nehmen wir jetzt auch einfach mal String. Und was wir auch brauchen, ist der vorherige Hash des Blockes, den wir davor in der Blockchain haben. Und für bessere Lesbarkeit geben wir dem Ganzen noch einen Index. Das ist im Prinzip eigentlich nur so ein Zähler. Der fängt bei 0 an und der erste Block ist dann praktisch am Index 0. Den Formatiker zählen immer bei 0 los. Und der zehnte Block ist dann mit dem Index 11. Als nächstes brauchen wir noch den Initializer, denn hier geben wir die ganzen Daten in den Block rein, um eben einen Block zu initialisieren. Und jetzt kommt das Wichtige, der Hash des Blockes, den wir hier haben, den übergeben wir nicht, sondern der wird innerhalb des Blockes beim Initialisieren errechnet, denn das ist so wirklich ein eindeutiger Fingerabdruck. Um unseren Hash zu berechnen, brauchen wir eine Hash-Data und die setzt sich aus zwei Sachen zusammen. Das ist einmal die Daten, die wir in dem Block abspeichern, was jetzt in unserem Fall irgendein Text ist, aber das könnte auch ein Bild sein oder eine Transaktionsliste. Und den Hash, den wir aus dem vorherigen Block bekommen haben. Wir nehmen also unsere Daten und unseren Previous Hash und machen daraus einen langen String und machen daraus UTF-8-Encoding. Das ist jetzt nicht so wichtig für die Blockchain an sich, aber das brauchen wir jetzt einfach in Swift. Und daraus haben wir diese Daten und die können wir gleich in eine Hashing-Funktion reinwerfen. Wir initialisieren jetzt also unseren Hash und da benutzen wir einen vordefinierten Hashing-Algorithmus, den SHA-256, den habe ich natürlich nicht selber programmiert. Deshalb importieren wir hier oben einfach CryptoKit, damit ich diese Hashing-Funktion schon habe, damit ich das nicht selbst machen muss. Das ist nämlich nicht so einfach. Genau, und dann werfen wir dort praktisch unsere Hash-Daten rein. Damit wir das Ganze als String haben, nehmen wir einfach Description, das nimmt dann praktisch aus diesem Hash einfach den String raus oder eine String-Repräsentation und speichert es hier in unseren Hash rein. Wir können jetzt auch noch unseren Previous Hash hier abspeichern, der wird danach nicht mehr benutzt, aber das ist kein Problem. Und den Index, den wir hier oben übergeben im Initializer, in dem Konstruktor, den weisen wir hier auch noch zu. Und das ist jetzt erstmal alles, was unser Block können muss. Völlig vergessen, wir wollen natürlich auch die Daten, die wir eigentlich abspeichern wollen, müssen wir natürlich da auch noch reinbekommen, denn die Hashing-Funktion an sich sagt ja nur, ob irgendetwas manipuliert wurde. Und die Daten wollen wir ja trotzdem haben, also das ist ja im Prinzip, das ist ja eigentlich eine Datenbank. Bevor es weitergeht, machen wir einen kurzen Einschub für unseren Langzeitsponsor ARK. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Okay. Super, dann mal los. ARK ist eine ganz besondere Jobbörse, denn dort bewerben sich die Unternehmen bei euch. Ihr spart euch das lästige Anschreiben und generell ist der ganze Prozess viel effizienter. Das Ganze funktioniert so, ihr meldet euch bei ARK an, danach habt ihr einen 30-minütigen Call mit einem ARK-Mitarbeiter und dort werden eure Englisch-Skills evaluiert. Im Anschluss werden noch eure technischen Fähigkeiten überprüft. Das Ganze könnt ihr dann aussuchen, entweder mit einer Coding-Challenge oder mit einem technischen Interview. Alle Informationen von euch werden dann in einem Profil zusammengetragen und zwei Wochen lang können sich dann bestimmte Unternehmen bei euch bewerben. Das sind auch wirklich ganz bekannte Firmen dabei, wie beispielsweise Spotify oder HubSpot. Das Besondere ist, dass ihr wirklich von Anfang bis Ende direkte Unterstützung durch das ARK-Team bekommt, damit ihr in den einzelnen Bewerbungsgesprächen auch ordentlich vorbereitet seid und dass ihr in den Gehaltsverhandlungen auch souverän auftretet. Außerdem findet ihr bei ARK Gehaltsübersichten, Lebenslaufbaukasten und Community-Events. Da ARK diesen Kanal wirklich schon sehr lange sponsert, möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Link zu allen Informationen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Video. Als nächstes können wir auch direkt schon unsere Blockchain programmieren. Dann nehmen wir auch wieder eine Klasse. Wir können jetzt auch schon direkt unsere Kette eigentlich initialisieren, also eine leere Blockchain. Und dann haben wir einfach hier ein Property, das heißt Chain, da sind dann alle Blöcke drin abgespeichert. Also haben wir hier einfach ein Array, also eine Liste von Blöcken. Und das wird jetzt einfach leer initialisiert, weil zu Beginn, wenn wir unsere Blockchain initialisieren, ist die ja noch komplett leer. Um Blöcke in unserer Blockchain abzuspeichern, also hinzuzufügen, brauchen wir zwei verschiedene Methoden. Also brauchen wir erstmal unsere erste Methode, die nennen wir mal AddBlock. Und diese Methode braucht eigentlich nur unsere Daten, die wir in unserer Blockchain in diesem Block abspeichern möchten. Als erstes können wir mal den Block initialisieren, den wir zur Blockchain hinzufügen möchten. Da übergeben wir hier die Daten. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch den Previous Hash, also den Hash aus dem Block an der vorherigen Position. Dann brauchen wir natürlich noch den Index, den wir in dem neuen Block übergeben möchten. Und nehmen hier einfach ChainCount, denn das ist eigentlich der letzte Index plus 1. Und danach fügen wir diesen Block einfach unserer Blockchain hinzu. Mit der Append-Methode. Und dann ist er abgespeichert. Jetzt haben wir hier aber ein offensichtliches Problem. Denn was ist, wenn dieser Block hier der erste Block unserer Blockchain ist? Dann gibt es ja keinen Previous Hash. Und deshalb gibt es diesen Genesis Block. Der unterscheidet sich minimal zu den anderen Blöcken und inwiefern werden wir jetzt gleich sehen. Wir brauchen hier eine neue Methode, den nennen wir einfach mal CreateGenesisBlock. Und hier übergeben wir dann auch einfach die Daten, weil mehr brauchen wir nicht. Hier initialisieren wir auch erstmal einen Block wie zuvor. Der unterscheidet sich dann auch minimal. Die Daten übergeben wir, das ist ja wichtig. Und den Previous Hash haben wir nicht, weil unser Genesis Block auch der erste Block der Blockchain ist. Deswegen übergeben wir hier einfach 64 Nullen. Und den Index, weil es das erste Element ist, nennen wir einfach mal 0. Sieht man jetzt nicht, aber hier könnt ihr es sehen. Damit wir später die Hashes auch schön in einer Liste haben und anzeigen können, würde ich sagen, machen wir einfach ein neues Property. Den nehmen wir einfach mal Hashes. Und hier bekommen wir einfach einen String zurück, der alle Hashes nimmt in unserer Blockchain und in einer Liste dann ausprintet. Und das war jetzt auch schon absolut die ganze Implementierung unserer Blockchain. Wir können sie jetzt mal hier initialisieren. Wir machen eine neue Blockchain und Blockchain, die braucht keinen Initializer, die hat dann schon alles. Und was wir als erstes machen, wir erzeugen diesen Genesis Block und übergeben einfach mal irgendwelche Daten. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal so eine Transaktion und da steht dann Fred an Max 15 Euro. Und danach machen wir noch ein paar mehr Texte dort rein, irgendwelche anderen Transaktionen. Also haben wir jetzt hier einfach noch ein paar Blöcke hinzugefügt und in jedem Block steht dann irgendwelche Informationen drin. Wie gesagt, das können jetzt auch einfach Bilder sein, die ich dort übergebe. Aber ich habe jetzt hier einfach irgendwelche sinnlosen Texte reingeschrieben, die dann dort abgespeichert werden. Weil im Prinzip eine Blockchain ist nichts anderes als eine Datenbank. Jetzt haben wir gerade einen Fehler bekommen, denn den Genesis Block haben wir erzeugt. Aber ich habe vergessen, den der Blockchain hinzuzufügen. Dann lassen wir das Ganze mal laufen. Und wie wir sehen können, haben wir hier insgesamt fünf Blöcke. Also das fängt bei 0 an zu zählen. 0, 1, 2, 3, 4. Und wir sehen noch zu jedem Block den dazugehörigen Hash, also der Fingerabdruck. Das Schöne ist, das kann ich jetzt immer wieder laufen lassen. Da kommen immer die gleichen Ergebnisse raus. Denn eine Hashing-Funktion funktioniert so, dass ich irgendwelche Daten reingebe. Und wenn die Daten gleich sind, dann bekomme ich immer die gleiche Hash zurück. Und damit kann man dann validieren, dass der Input gleich war. Und was eine Hashing-Funktion so sicher macht, ist, dass wenn nur ein kleines Zeichen in einer beispielsweise langen Kette des Inputs anders aussieht, dann ist nicht nur der Fingerprint so ein bisschen unterschiedlich, sondern es ist komplett random. Irgendwie ein ganz anderer Fingerprint. Der Hash-Output sieht komplett anders aus. Wir können das Ganze jetzt mal probieren, indem wir hier bei dem dritten Block hier, also an Index 2, werden wir mal aus diesem 800, werden wir mal hier 890 Euro draus machen. Und was jetzt passieren sollte eben ist, dass die ersten beiden Blöcke gleich bleiben, aber sich der dritte, der vierte und der letzte Block komplett ändern werden. Und wenn man das jetzt hier nebeneinander hält, dann ist es eigentlich sehr gut sichtbar. Und die Erklärung dafür ist jetzt auch sehr logisch, denn der Hash eines Blockes setzt sich immer aus den Daten, die ich in dem Block abspeichern möchte, wie jetzt beispielsweise hier unsere Transaktionsdaten, und den Hash, den ich aus dem vorherigen Block bekommen habe. Wenn euch diese Art von Programmiertutorials gefallen, dann könnt ihr euch gerne mal noch hier dieses Spotify-Video anschauen, denn dort habe ich eine Spotify-App programmiert, oder hier einen Discord-Bot. Ansonsten würde ich mich wie immer sehr über euer Feedback unten in den Kommentaren freuen. Wenn euch das Video auch sonst gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kevin.